Hallo Leute! Willkommen bei den LS-News der Woche. Diese Woche, das heißt vom 24.04. bis 5.05.2023, stand ziemlich stark im Zeichen vom Farming Simulator 23, also der kommenden Mobil-Version vom LS. Ja, wir haben einen Gameplay-Trailer bekommen, den ihr jetzt hier gerade im Hintergrund zu sehen bekommt. Und da haben wir viele optische Eindrücke gekriegt, die bisher auch neu sind und waren vom LS23. Einige große YouTuber haben inzwischen schon auch Vorab-Versionen und machen Videos zum LS23. Die können den also schon spielen. Ja, und das ist recht interessant. Ich habe auch ein Info-Zusammenfassungs-Video über den LS23 gemacht, was wir alles schon wissen und was aus den Videos von anderen YouTubern so zu erfahren war. Und insofern spielt der gerade eine ganz wichtige Rolle. Und der LS22 ist dadurch, was die Neuigkeiten angeht, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber ich denke mal, der wird sich bald wieder aufrappeln, der LS22, wenn der größte Neuigkeitswert vom LS23 erstmal rum ist. Das war am Dienstag, dieser Gameplay-Trailer. Und am Mittwoch haben wir erfahren, dass der Stefan Maurus zur Farmcon kommt. Das habe ich auch erwartet. Und dass er einen extra Talk macht über Modding with Blender. Also Modden mit Blender. Das ist jetzt nicht für jeden Spieler interessant, aber ich denke mal, für alle Modder ist das interessant und vor allem für Modder, die ihre Objekte selber bauen. Man sieht hier im Untergrund einen ziemlich kompliziert aussehenden Grubber. Da dachte ich auch, oh je, es geht um Fahrzeugmodding. Es wird für mich wahrscheinlich trotzdem sehr interessant sein. Und für alle Fahrzeugmodder natürlich erst recht. Ja, Stefan Maurus war auch letztes Mal schon da. Der spielt eine wichtige Rolle bei Giants und ist Lead Integrator und Gameplay-Programmer. Ja, und man sieht den ziemlich oft so bei Podiumsgesprächen, Vorträgen und, und, und. Ja, dann auch am Mittwoch war wieder ein Community-Spotlight und diesmal war The Guru dran. Und The Guru, sieht man schon, ist ein lustiger Typ aus Amerika. Genauer gesagt aus Appalachia. Oh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er hat nämlich uns beigebracht, wie man das ausspricht. Die Appalachen. Appalachia. Ja, und auch viele Amerikaner konnten das vorher nicht richtig aussprechen. Der ist Streamer, hauptsächlich auf Twitch unterwegs. Ja, noch nicht sehr groß. Der kann also durchaus Zulauf gebrauchen. Hier sieht man ihn nochmal während des Community-Spotlights. Ja, und dann kam auch schon der Factsheet Friday. Wieder LS23 mit dem Messi-Ferguson 3670 und hinten ein größerer Düngestreuer. Und dann von Roper der große Rübenernte, der fast eine halbe Million kostet. Gibt schon extra Video von mir dazu auf meinem Kanal. Jo, dann kam eine Überraschungstrailer sozusagen. Und zwar gibt es den LS20 in einer Plus-Version jetzt auf Apple Arcade oder Arcade oder so. Ähm, musste ich erst mal nachgucken. Was ist das überhaupt? Äh, dieses Apple Arcade ist so ein Abo-Dienst. Wenn man auf Apple-Geräten Spiele spielt und hat diesen Abo-Dienst, kriegt man Spiele kostenlos. Und da gibt es jetzt halt den LS20 Plus, also die Vorgänger-Version. Ähm, kostenlos, ja, nicht ganz, weil man zahlt ja Ab-Abo-Gebühr, aber man muss für das Spiel dann nicht extra bezahlen. Also wer auf Apple-Geräten unterwegs ist und dieses Apple Arcade hat, der kann jetzt den LS20 kostenlos spielen. Ist vielleicht ganz interessant, weil dann kriegt man schon mal einen Eindruck, wie ist überhaupt Farming-Simulator auf einem Mobilgerät, wenn man das nicht sowieso schon mal gespielt hat. Jo. Kommen wir zu den Mods von dieser Woche. Da hat sich nicht sehr viel getan, muss man sagen. Also mein Eindruck ist, dass das Mod-Hub-Team ganz stark mit dem Testen vom LS23 beschäftigt ist. Also auch wieder, es steht unter dem Zeichen des LS23 diese Woche. Es kamen Mods, aber keine neuen Karten. Hier sieht man einige. Besonders interessant finde ich diese Kreisberegnung. Die schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. Und ja, dann gibt es hier einen Waltra, einen kleinen Waltra, einen Messi-Fergus, einen 6S und 7S. Die haben wir ja auch gerade im Basisspiel gekriegt. Da war wohl der Modder vorher und durfte dann erst nachher veröffentlichen oder so. Aber das ist eine Vermutung von mir. Im Ballenlager. Und hier, Updates gab es eine ganze Menge. Das neue Mini-Brunn-Update schauen wir uns auch noch genauer an. Und hier dieser Overland-Anhänger hat auch schon ein Update gekriegt. Und die Wasserpflanzen von Moonlight haben ein Update gekriegt. Und ja, sollte ich vielleicht wieder sagen, das, was mir auffällt, ist bestimmt was ganz anderes, als was vielen von euch auffällt. Hat halt jeder so seinen bestimmten gefilterten Blick auf Mods, was einem interessant und wichtig erscheint. Und da habe ich bestimmt einen anderen Blick, als viele andere Spieler. Hier gab es einige neue Fahrzeuge und Geräte. Und auch Kuhstall und einen Ziegenstall und so. Jo, hier wieder Karten-Updates. Und das war es auch schon für diese Woche. Also es gab mehrere Tage, an denen keine Mods rausgekommen sind. Und man kann hier auch sehen, das ist jetzt diese Testing-Liste von Freitag, den 5.5. Und da ist eine ganze Menge drauf. Ich sehe auch einige, die so aussehen, als könnten es Karten sein. Zum Beispiel hier The Poly-Zene. Könnte ich mir vorstellen, wird eine Karte. Karte und Knieskopsheim. Das ist doch cool hier. Das klingt sehr lustig. Ich bin schon gespannt. Das ist bestimmt eine Karte. East Groningen dürfte auch eine Karte sein. Die Regelsberg, die wartet wohl schon auf ein Update. Meine Hinterland ist jetzt auch im Update. Na, das im Test. Das zeige ich euch gleich noch. Jo, ist einiges so gerade aktuell im Test. Und momentan warten noch 210 Mods auf den Test. Und das dauert zwölf Werktage, bis ein Mod drankommt. Also zweieinhalb Wochen. Und das ist auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Mod-Hub-Team ganz stark beschäftigt ist. Und ich finde es gut. Also einerseits natürlich ärgert es mich als Modder, lange auf den Test zu warten. Ganz klar. Aber ich finde es in erster Linie gut, dass neu rauskommende Spiele oder Packs gut und gründlich getestet werden. Und darum sollen die das auch in Ruhe tun. Und dann warte ich geduldig mit meinen eigenen Mods, bis die mit der Testerei fertig sind. So, hier haben wir das Update von der Neu-Mini-Brunnen. Das ist eher ein kleineres Update. Da schreibt er hier im Change-Log, ein neuer Spielstand ist nicht erforderlich. Es gibt jetzt ein kleines und großes Ballenlager. Und es gibt neue Bodentexturen, Betonplatten. Und die Beleuchtungseinstellungen wurden geändert. Und der Schalter für die Reklametafeln wurde entfernt. Okay. Jo. Also für alle neuen Mini-Brunnspieler. Und dann haben wir neu diese Kreisberegnung. Die habe ich euch letzte Woche ja schon als kommt demnächst vorgestellt. Es gibt eine umfangreiche Beschreibung. Wirklich umfangreich. Und ich hatte mir das mehr so vorgestellt, dass es irgendwie Deko ist, weil wir ja gar keine Bewässerung im Spiel haben. Aber es ist ein funktionierender Mod, der richtig was tut. Und der funktioniert als Fahrzeug. Und der sprüht nicht Wasser, sondern der sprüht Flüssigdünger oder Herbizid. Und das wird auch in echt gemacht. Zu dem Wasser, was normalerweise versprüht wird, wird auch Dünger dazugegeben und so. Da muss man nicht nochmal extra düngen. Und hier ist es halt nur Dünger und Herbizid. Ja, und man kann damit richtig auf den Feldern arbeiten. Man fährt hier so ein... Irgendwo sieht man diesen Bausatz da. Den fährt man hin aufs Feld. Dann stellt man ihn auf. Koppelt ab. Und dann steigt man hier ein. Das ist im Prinzip auch ein... Mehr oder weniger ein Selbstfahrer, aber nicht auf der Straße rumfahren. Und dann baut sich das Ding auf. Je nachdem, mit welchen Konfigurationen man das gewählt hat. Es gibt ganz viele Konfigurationsmöglichkeiten. Und dann muss man natürlich Flüssigdünger oder Herbizid reinfüllen. Das ist hier jetzt nur ein sehr kleines System für ein kleineres Feld. Und hier sieht man, wie das dann hier im Kreis läuft. Am besten benutzt man es natürlich auf kreisrunden Feldern, klar. Aber man kann es auch auf eckigen Feldern benutzen. Dann muss man halt die Bereiche, die nicht davon erwischt werden, selber nachbearbeiten. Ich finde das auf jeden Fall ein sehr interessantes, cooles Feature. Darum habe ich das auch sozusagen ausgewählt für heute. Jo, noch eine kleine Neuerung von Black Sheep Modding. Deren Karte The Valley, The Old Farm habe ich ja vorgestellt. Und spiele sie auch, zumindest auf meinem englischen Kanal und im Livestream. Und die haben jetzt schon ein Update rausgebracht. Und zwar ein großes Update. Dass die Phasilos sind repariert worden. Und viele kleine Sachen, die so nicht stimmen. Und die Kuh- und Schafställe sind jetzt auch kompatibel mit dem Animal Grazing Mod. Also, dass die Tiere da das Gras fressen. Und ja, das haben sie schon beim Mod Hub eingereicht. Wann es rauskommt, werden wir sehen. Meine Hinterland ist mit ihrem Update endlich im Test. Dieser Update beinhaltet einen Steg, auf dem man stehen kann. Und wertvollere Pferde. Und was noch? Einen Pferdestall. Ja. Und hier zeige ich euch noch, was ich diese Woche Modding-mäßig geschafft habe. Leider nicht so viel, wie ich gerne geschafft hätte. Die Woche stand voll im Zeichen des LS23. Dabei ist der noch nicht mal rausgekommen. Und zwar habe ich jetzt Ladenhäuser mit so Rundbogenfenstern fertig gemacht. Und konnte dadurch endlich mal eine Ladenzeile aufbauen. Und die werden jetzt noch dekoriert, die einzelnen Läden. Also natürlich hier auch mit Blümchen und Gedöns. Und Innenladeneinrichtung. Jeder Laden etwas anders und so. Und da bin ich jetzt gerade dabei, ein Eiskaffee zu bauen. Und habe hier schon mal so eine Eistruhe gebaut, die dann in so einem Laden drin steht. Man wird aber nicht reingehen können in die Läden. Ja. Das war es im Wesentlichen mit den News von dieser Woche. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.